Hallo? Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Hörst du den Namen? Na der. Leon. Komm, komm. Hättest schwimmen zu gehen. Kommst du nicht mit? Kann ich. Arbeit lässt es sich zu. Schade. So ein Arschloch. Boah, es reicht. Nadja Stecher ist Bademeister. Ist doch mit, dass der der letzte Nacht für ihr war. Schon fertig mit der Arbeit? Scheiße. Ich habe ein Buch geschrieben. Der Kollege findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Wie soll denn dein Buch heißen? Club Sandwich. Club Sandwich? Scheiße, hier. Ist doch ein guter Titel. Club Sandwich? Habe ich es mal lesen dürfen? Auf keinen Fall. Versteh mich nicht falsch. Ich habe es verstanden. Die ist ja nett. Die Nadja. Ja, sie macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche. Das Asche. Macht Angst, oder? Ja, Mama. Merkst du irgendwas noch? Siehst du irgendwas, was um dich rum passiert? Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Ich finde das Meer nachts ein bisschen grusig. Komm noch mit. Wenn dich noch vorabschiedet, Ich darf das. Du bist wie zuzubereiten. Ja, es geht zu. Ich darf mich natürlich übermern, Du bist du bist. Du bist. Du bist.